hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen folge minecraft hardcore hier auf zahnschmerzen mit mir dem santino und ich hoffe euch geht es zu allen ganz gut es ist zurzeit ziemlich kalt draußen und packt euch schön ein aber jetzt geht es hier weiter mit dem hardcore und wir haben aufgehört in einer höhle soweit ich mich erinnern kann ich würde schon sagen ja genau in einer schönen höhle 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 und so langsam sollte man aber ich hatte ja gesagt in einer letzten auf wurde und schon was an der letzten aufnahmen dass ich erst hier raus gehe wenn ich mindestens zehn diamants habe also normale diamanten und aus wie das gemacht durch durch die wand durch hat sagt richtig nein ja egal wie immer hier lang und auf jeden fall jetzt habe ich den faden verloren was wollte ich sagen genau das tiefer auch so durch also zehn diamanten würde ich gerne fahren und ja getroffen und ja wenn wir die haben dann geht es mal zurück wusstung bauen ich hoffe überleben das ganze ist langweilig ja 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 der soll sich dauern und wieder juck zack als wurde wir uns mal runter 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 ja und ich hoffe dass wir bald mal mehr diamanten finden also zwei ist ein bisschen mager ein klein wenig magern scharf man diese feilig ansammeln kann da geht das das ging früher nicht und das geht jetzt auch nicht ich werde mal eine kleine brücke hier rüber bauen da was ist das das ist mir zu gefährlich mit der brücke darüber bauen wo denn wir mal kunst uns hier durch wo sind ich muss erst mal heilen vergessen sie soll ich darum gehen und da war es das mit den zehn die man das war aber auch so wie getan das waren jetzt zwei schläge die akzeptiert hat da kommt noch kripper runter runter aber das ging das so wie aussieht ich will nicht werden für die stadt war das ein grieber weg hier ich muss um diesen ton auf jeden fall weg 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 ein fall noch in diesen dauern das ist voll krank dass man nur zwei quasi essen weniger und schon kriegt man kein leben mehr dazu wozu sind denn der ist naja egal es war die ich ja verkennt sich was man kann aber noch geht es uns gut alles fein alles vorhin immer noch genug essen doch nicht war wie das ist nicht weiß das essen verschwindung jetzt gefühl so geht das schneller ich will jetzt mal da rechts hoch gehen dachte ich höre was machen wir lang ich würde das ding da aus wasserfall ausstellen dass mich ein bisschen nervt gerade so hört er auf er hört auf er hört auf das ist gut das ist sehr gut ok das wasser ist weg alles gut wollte ich lang moment durch bogen schatten auch ein creeper gesehen ist ja hier runter gefallen womöglich wo ist der creeper hin da war auf jeden fall noch ein creeper leute ist das da hinten das ist ein anderer der wird nicht so weit oder der ist bis dahin hingelaufen ist ganz ich auch sagen da ist er creeper hallo zack zack schwert weg 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 da ist er putt gegangen wo war ich denn noch nicht immer ja schon überall dann gehe ich mal da sind creeper da war ich auch schon da kommt nicht mehr alles gut alles gut alles gut ich würde sagen viel tiefer können wir hier nicht mehr und doch da können wir runter da gehen auch hin dass ich noch gold ich würde mich mal eben wir müssen und wir haben noch genug eisen und wir haben auch noch vor allem noch genug ich war gerade erschrocken dass ich keine gespür zacken habe aber wir haben da noch ein bisschen was der hermik darunter ohne zu springen warte mal ich weiß ich noch die wand weiter geht ja anscheinend ok jetzt muss ich bauen das brauche ich das muss man wo hin pflanzen egal wohnen aber hier spiel an dem moment also muss ich rufen bauen muss ja eisen schmelzen so daneben das ja perfekt und aus stress und dann hoffe ich dass vielleicht mal ein paar diamanteln finde ich kann es nur hoffen leute ich kann es nur hoffen hoffnung 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 naja wenn ich jetzt auch egal war ein bisschen mal in der mine mal was anderes gemacht es war durch schon fünf sechs folgen in der mine mal gucken wie lange wir noch hier bleiben ich wollte eigentlich nur die spitzhacken auf brauchen aber da wir so geile sachen da gefunden haben ich rede mich auf dass wir keine bessere rüstung haben das war die giftspinnen nicht platt machen konnten die einen die uns da gegriffen haben aber bestimmt noch mehr ich glaube wenn wir eine bessere rüstung gehabt hätten das wäre schon geil gewesen aber hey was soll's okay jetzt haben wir aber immerhin ja genau so ich sehe gerade wir können sogar noch eine spitzahl geboren aber dafür gar gar nicht mehr den platz sehe ich gerade also das wäre jetzt wohl doch haben wir moment wir haben dafür Platz natürlich haben wir verpasst 1 2 3 noch mal kurz warten ja leute das das muss sein das muss sein wir müssen vorbereiten sollen das muss so sein alles gut ich finde es geil dass wir die die rails gefunden haben kann man das weit entfernte basen bauen und dann können wir da hinfahren vielleicht brauch ich noch mal eine mine ich habe ja gesagt ich baue keine mine von hand aber ich glaube mit diamanten zu finden ist das doch der beste weg wenn man dann schön tief buddelt kriegt man ja auch der wie mache ich das jetzt shit 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 was muss ich wegschmeißen und scheinbar erstmal sowieso nicht kann ich hier bleiben so 1 2 3 noch eine spitzahl sehr geil haben wir drei spitzahl was soll das verkürzt sowieso nicht aber alles gut so und dann geht es weiter hier runter auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's so runter redstone 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 da war ich auch schon ey wie soll ich denn hey wenn ich hier schon war wie soll ich das gold nicht mitgenommen das war es kann das hätte auch schief gehen können okay dann gehen wir mal da lang da ist nämlich noch alles dunkel die höhle sieht schon so ziemlich ich geh mal hier lang 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 und die fackeln gehen auch langsam zum neige das ist nicht gut um ehrlich zu sein das ist gar nicht gut fackeln sind wichtig sind sogar wichtiger als spitzhacken das sehe ich gerade deswegen habe ich wahrscheinlich noch so viel stehbebrüche gehabt oh nein jetzt habe ich gar keinen stehle mehr um die fackeln zu bauen aber es wird eh nur ja 16 alles klar dann bauen wir uns jetzt hoch mal gucken wo wir rauskommen hihihi es kann gut sein dass ich hier cutte wenn irgendwas interessantes ist dann äh ja dann mach ich wieder an aber ich lass es einfach an scheiß auf gucken wir brauchen um zu sein das ist dumm mit nur zwölf fackeln dann geh mal hoch holen wir uns ein bisschen was holz und dann geht es weiter würde ich mal behaupten ist eine gute Idee oder ich weiß gar nicht wie tief ich bin ich glaube ich bin schon gut tief ich will jetzt nicht f3 drücken das werde ich so erfahren nö 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 ja so ist schön ok hoch lalala das ist dumm wenn ich nichts sehe weil dann kann ich die Textur nicht unterscheiden und wenn der Gravel vor mir liegt dann ist das dumm hier weiter zu bringen you know das ist nicht schön naja ach wie geht es euch denn meine Freunde ich hoffe ich hoffe ihr hättet eine schöne Woche bei mir ist es gerade Freitag es ist mitten in den Abgabezeiten in 5 Tagen muss ich meine 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 Hausarbeiten abgeben eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht zocken aber hey was soll's ist ja nur der Bachelor oh Gold gold sei schon Eisen aber habe ich noch genug von ja das bedeutet deswegen kam auch die Tage immer ein bisschen weniger Videos von mir und vor allem unregelmäßig ich habe immer dann aufgenommen wenn ich gerade Zeit hatte das ist immer noch der Fall jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit das bedeutet ich kann weniger aufnehmen aber wenn ich dann mal aufnehme dann halt mit mehr Lust vor allem wir sind im Meer gelandet ok anscheinend sind wir schon in der Oberfläche geil geil ich hoffe ich überlebe das hoffe das war keine gute Idee Moment ich muss mal raus halt stopp ich sehe nichts eh ich habe Angst dass ich wenn ich D weg mache dass Grabbing mir entgegenkommt nein war kein Grabbing alles gut so dann ach das ist der der mich stört ok Moment dass hier kein Grabbing kommt Moment doch ich kann mich ja hier was mache ich denn da ist doch voll den ich was ich tue da bin ich aber wieder eingeleitet nein das ist nicht gut alles gut warte mal ich versuche mal so ach Mist ich brauche den unter mir weg ganz ehrlich das geht leichter so das war keine gute Idee das war keine gute Idee es war gar keine gute Idee ich weiß nicht wie lange wir noch schlimm müssen ich weiß nicht Alter es sieht immer ein Herz ab direkt instant what the fuck ich hoffe wir überlebens ich hoffe wir überlebens ich hoffe wir überlebens ich hoffe wir überlebens nein und das war die letzte Folge gestorben durch ertrunken oh shit ok Leute ich denke was ist das ah hier kann ich noch gucken alles klar gucken wir uns an was hier gewesen wäre wir werden hier rausgekommen ok keine Ahnung jetzt gucken wir noch mal ein bisschen rum was hier noch gewesen wäre ich dachte wir packen es ich dachte wir packen es ich dachte wir packen es was haben wir denn hier das kenne ich gar nicht die Bereiche was ist das hier oh guck mal oh was ist das das werden wir beim nächsten mal erforschen was hier so ist schade dass ich gestorben bin ach Mensch ach Mensch das war ein doofer Tod ne durch ertrinken ich dachte wir packen es aber hey Wayne hey manchmal achso ja klar wie kommt man denn hier in solche Ruine rein vor allem ist hier irgendwas zu holen woher nicht ne woher nicht jetzt hier lang schwimmen würden hier lang gibt es irgendwie Ruinen die einen doch was ist das ach ein Fisch ok alter voll nice sieht aus wie Drachenschuppen so ein bisschen cool naja das war es ich hoffe ihr hättet trotzdem Spaß bei dieser Season ähm Leute ich schwöre es war kein Selbstmord ich dachte wirklich wir packen es es war ja auch ganz knapp verdammt das regt mich schon so ein bisschen auf aber ok was solls macht nix nächste Runde wäre besser ähm wenn es in der nächsten Runde gibt also es ist momentan so dass ich ähm ja momentan Minecraft und Star Wars Battlefront immer abwechslend aufnehme und spiele und hochladen und jetzt kommt bald ein neues Projekt hinzu welches lautet ähm Horizon genau sobald Horizon draußen ist wird das mein nächstes Projekt und ähm ja oh guck mal hier kann man sehen was wir schon alles erkundigt haben ach ne doch nicht und ich hoffe trotzdem dass ihr weiter am Ball bleibt wenn ich wieder Minecraft zocke ähm ja wie gesagt also ähm bald kommt ähm ab dem ersten März dürfte es sein genau kommt Horizon raus und ähm ja bis dahin werde ich weiterhin ein bisschen Battlefront spielen ähm da bin ich gerade im Fieber und ähm ja die nächste Episode also die nächste Runde Minecraft wird dann wahrscheinlich eher ähm mit Survival Mode ganz normal denke ich mal ich hab Bock ein bisschen was aufzubauen ähm ähm ja und dann vor allem was zu lernen weil ich hab keine Ahnung ihr habt ihr gesehen bei den bei den Spinnen bei den Giftspinnen bin ich fast gestorben weil ich einfach dumm war und ich wusste dass sie giftig sind ich dachte das wäre ein ganz normales Spinnen ähm ich hoffe ihr hättet trotzdem Spaß dabei ok und dann sehen wir uns ähm vielleicht bei der nächsten Folge wieder ansonsten besucht unsere anderen Videos ähm es gibt ja noch ein paar die ihr gucken könnt ähm wenn das wenn du zuschauen das gerade deine erste Folge ist die du von Minecraft guckst von mir dann guck dir die anderen an obwohl du jetzt weißt wie es endet aber vielleicht hast du ja Spaß bei dem Rest es gibt noch Sachen wo ich nicht in der Mine rumlaufe ja ansonsten ähm liked mein ähm liked das Video abonniert unseren Channel und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und man sieht sich bis denn bye bye bis zum nächsten Mal